Hallo zu einem neuen Video von mir und schön, dass ihr mich heute bei einem Rundflug über meinen Hühnerauslauf und bei einem Rundgang durchs Gehege begleitet. Ich werde euch den Hühnerauslauf sowohl im Winter als auch im Sommer zeigen. Nun ist mir beim Schnitt dieses Videos aufgefallen, dass es doch zu viele Infos für ein einzelnes Video sind und deshalb ist ein Zweiteiler draus entstanden. Ach, nicht schlimm, so bleibt es wenigstens spannend und ihr werdet nicht von so viel Content erschlagen. Bleibt also dran, denn der zweite Teil folgt in kurze. In diesem Part werde ich euch den Standard und die Größe meines Hühnerauslaufs von oben zeigen, welche Vorteile mein Hühnerauslauf zu bieten hat und euch von den Lieblingsplätzen meiner Hühner berichten. Die beiden Videos sollen euch Anregungen geben, wie man den Hühnerauslauf anlegen kann, wenn man mit Hühnern startet oder wie man seinen bestehenden Hühnerauslauf vielleicht mit ein paar kleinen Kniffen umgestalten kann oder optimieren kann. Denn eins ist klar, die Hühner freuen sich über jede kleine Neuerung im Gehege, damit sie viel Neues entdecken können und es ihnen nie langweilig wird. Mein Hühnerauslauf befindet sich im eigenen Garten. Ich kann also von der Terrasse und vom Wohnzimmer aus direkt zu den Hühnern schauen. Die unmittelbare Nähe ist von großem Vorteil, weil man dadurch so viel besser einen Bezug zu den Hühnern aufbauen kann, weil man sie so täglich im Blick hat und die Gesundheit der Türchen eindeutig besser unter Kontrolle hat. Ich habe euch auf dieser eingeschneiten Aufnahme mit roter Farbe den Grundriss meines Hühnerauslaufs eingezeichnet, damit man die Einsäunung auch wirklich gut erkennen kann. Die Maße von meinem Hühnerauslauf könnt ihr auf dieser Skizze entnehmen. Bei Stallpflicht kann ich meine abgedeckte Kükenvoliere direkt an den Hühnerstall andocken. Man kann den Auslauf völlig unkompliziert mit einem flexiblen Zaun in zwei Teile abtrennen, sodass der Hühnerstall und die Futterstation ohne Änderung für die Hühner erhalten bleiben. Das ist der größte Vorteil. Denn so kann ich die kahlen Grasflächen immer mal wieder nachsäen und habe so immer eine schöne grüne Wiese für meine Hühner. Da lege ich besonders viel Wert drauf. Für die Nachsaat kahler Stellen im Hühnerauslauf verwende ich Kleintierwiese mit Klee. Manchmal kann ich auch kleinere Stellen mit einer kleinen Einzäunung ansäen. Hierbei ist es wichtig, dass es nachts keine Minustemperaturen mehr hat und die angesäten Stellen regelmäßig bewässert werden, damit sie schön anwachsen. Zur Erweiterung des Hühnerauslaufs im Sommer verwende ich als flexiblen Zaun ein Volierennetz mit einer kleinen Maschenweite von 3 x 3 cm. Als Pfosten verwende ich Garten bzw. Rangstäbe aus Metall, an denen ich den Zaun mit Pflanzklammern oder Wäscheklammern befestige. Eine Vergrößerung des Hühnerauslaufs benötige ich hauptsächlich im Sommer, wenn ich Küken habe, damit bei der Zusammenführung mit den großen Hühnern sich alle besser aus dem Weg gehen können und es zu keinen Konflikten kommt. Der Haupthühnerauslauf besteht aus einem 25 Meter langen Metallgitterzaun mit einer Höhe von 1,20 Meter und 1,75 Meter langen Holzpfosten mit einem Durchmesser von 6 cm. An der Haupteingangstür habe ich zwei 8 cm starke Holzpfosten wegen der Stabilität verwendet. Generell empfehle ich einen mindestens 1,20 Meter hohen Hühnerzaun. Es kommt natürlich immer auf die Hühnerrasse an, wie flogfreudig sie sind. Bei der Konstruktion mit den Holzpfosten kann man den Hühnerzaun immer noch um ca. 20 Zentimeter mit kleinen Holzleisten aufstocken. An den beiden Eingängen zum Hühnerauslauf habe ich Rasenwaben aus Kunststoff im Boden verlegt. Die kann man sich im Baumarkt besorgen und ganz einfach aneinanderlegen und im Gras festtreten. Diese nützen mir besonders, wenn es viel regnet und es dort matschig wird. Zum einen wird die Grasfläche geschont und zum anderen können die Hühner darin nicht rummatschen. Alle von mir verwendeten Artikel wie Grassamen, Metall und flexibler Hühnerzaun gebe ich euch mit Link in der Videobeschreibung an. Meinen Hühnern kommt das Holzstalzenhaus sehr zugute, denn dort haben sie eine Unterstandmöglichkeit und ihren Körnerfutterspender wettergeschützt stehen. Auch mein Stroh- und Heulager ist in einer Kissenbox dort wettergeschützt untergestellt. In dieser Kissenbox passt genau ein Strohballen. Der Platz auf der Kissenbox ist bei meinen Hühnern sehr beliebt, da er von oben sehr geschützt ist. Und im Winter ist es auch angenehmer für die Hühnerfüßlein, wenn sie nicht auf dem kalten Boden stehen müssen. Dort oben können sie dicht aneinander kuscheln, um sich gegenseitig zu wärmen. Der Platz unter dem Hühnerstall gehört auch zu den Lieblingsplätzen meiner Hühner, gerade bei schlechtem Wetter. Dort können sie geschützt unterstehen oder ein Staubbad nehmen. Ich habe im vergangenen Herbst einen ganzen Sack Sägespäne und Kleinholz zum Scharren für die Hühner darunter geschüttet. Das haben sie voller Freude ruckzuck ganz prima verscharrt und jetzt kommt es ihnen in der kalten Jahreszeit zugute. Gelegentlich verteile ich auch unsere abgekühlte Asche vom Holzofen noch darüber. Das mögen sie sehr. Hinter dem Hühnerstall habe ich noch ein paar alte Steinplatten ausgelegt, damit der Boden befestigt ist und Kleinholz darüber verteilt, damit ich beim Ausmisten nicht ausrutsche. So, das war nun der erste Teil meines Hühnerauslauffilmchens. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen und freue mich sehr, wenn du bei Teil 2 wieder mit dabei bist. Tschüss!